Ja, und die Diskussionen sind eröffnet. Gerd-Joachim von Fallowa ist unser Korrespondent in Berlin. Gestern war ein denkwürdiger Tag, der noch lange nachhallen wird. So sieht es jedenfalls aus. Wollen wir mal festhalten. Drei Verlierer belohnen sich. Also Angela Merkel belohnt sich mit der Kanzlerschaft, Horst Seehofer belohnt sich mit dem Superministerium und ja, dann ist noch Martin Schulz, der belohnt sich mit dem Außenministerium. Wunderbar, oder? Na ja, also es geht ja in der Politik nicht alleine um Einzelschicksale, auch wenn Martin Schulz sein Schicksal nun hier öffentlich zelebriert, ist es ja so, auch was gerade in dem Bericht behauptet wurde, dass Frau Merkel sich ihre Macht gesichert hat. Sie ist immerhin die Vorsitzende der CDU und die CDU-CSU als Unionsfraktion hat nun mal die Mehrheit geholt oder war die stärkste, muss ich sagen, Partei und Fraktion bei den Bundestagswahlen im September. Und dass sie dann den Kanzler stellt, ist folgerichtig. Und da die CDU Angela Merkel als Kanzlerkandidatin aufgeboten hat und sich auch keine Alternative aufgedrängt hatte, ist es also folgerichtig, dass man die Macht für die CDU sichert, indem man Angela Merkel wieder zur Kanzlerin macht. Und dass eben Horst Seehofer jetzt Innenminister wird, das war übrigens in den Verhandlungen ja sehr umstritten. Die CSU wollte das Arbeits- und Sozialministerium haben. Horst Seehofer hat auch damit geliebäugelt. Im Nachhinein wird er froh sein, dass er jetzt Innenminister wird, ergänzt um dieses Ressort bauen. Denn dann kann er ja auch kontrollieren, diese Flüchtlingsfrage. Und das ist wahrscheinlich im Sinne des Klientels der CSU der bessere Posten. Ja, aber warum ist man dann bei der CDU so unzufrieden? Wegen der Ressortzuschnitte? Ja, es ist schwer zu verstehen. Denn als Beobachter musste man vorher schon davon ausgehen, dass der Preis für eine Koalition mit der SPD das Finanzministerium sein könnte. Und der Name Olaf Scholz, der ja immer noch nicht bestätigt ist in Wirklichkeit. Aber der warberte schon seit Wochen und Monaten hier durch das politische Berlin. Der Fehler ist vielleicht vor vier Jahren gemacht worden. Wenn wir mal zurückschauen. Da hat die CDU fast die absolute Mehrheit bekommen. Einzig, weil die FDP rausgeflogen ist und die Grünen nicht wollten, ging man dann mit der SPD in eine große Koalition. Die hatten aber 15 Prozentpunkte weniger bei der Wahl bekommen als die CDU. Und man hat ihnen trotzdem damals sechs Ressorts gegeben. Also gleich viele Ressorts, wie auch die CDU beansprucht. Damals hat Angela Merkel gesagt, ich stehe für eine solide Finanzpolitik. Und meine Hauptforderung ist, dass wir weiter solide Finanzpolitik betreiben mit einem CDU-Finanzminister. Diesmal musste sie diese Position räumen. Das war wie gesagt vorher eingepreist. Überraschend war dann, dass die geschwächte SPD, diesmal ist der Abstand nur bei zwölf Prozentpunkten, wieder sechs Ressorts kriegte, war eigentlich logisch nach den letzten vier Jahren. Aber überraschend war, dass die SPD das Außenministerium bekommt oder aber das Arbeits- und Sozialministerium nicht abgeben musste. Und diese drei starken Ministerien jetzt in der Hand der SPD quasi als Belohnung dafür, dass sie in diese Koalition einsteigen, das passt natürlich vielen in der CDU überhaupt nicht. Ja, und die SPD kann man vielleicht auch im Nachhinein nochmal sagen, hat er die bessere Verhandlungsposition, denn da ist ja schließlich noch dieser Mitgliederentscheid. Ja, wie gesagt, dieser Mitgliederentscheid, der wurde als Druckmittel eingesetzt. Es ist so ein Restgeschmack übrig, wenn man mal alle Wähler anguckt, denn die Mitglieder 460.000 der SPD, das ist ein verschwindend geringer Teil bei 80 Millionen Menschen. Also wenn man mal alle anguckt, dann bleibt so ein Gerechtigkeitsungefühl übrig. Denn was ist denn daran gerecht, wenn am Schluss so eine kleine Truppe entscheidet und wenn das Erpressungspotenzial dann in dieser Form da ist? Es muss gerecht zugehen, auch bei der Verteilung der Posten und der Inhalte. Das denkt man zumindest als Normalmensch. Deswegen wäre es eigentlich logisch gewesen, dass die CDU, CSU stärker gewichtet worden wäre, zum Beispiel im Kabinett und in der einen oder anderen Sachfrage. Aber Politik ist nun auch einmal das Finden von Kompromissen. Und wenn es denn nicht anders geht, dann werden eben auch noch diese 450.000 befragt. Die CDU oder auch die CSU können ja daraus ihre Schlüsse ziehen. Bei der CSU verzichtet man völlig auf einen Parteitag. Da wird heute der Vorstand dieses Koalitionswerk abnicken. Die CSU ist ja auch hoch zufrieden mit ihren Ressorts Innen- und Verkehr und Digitalisierung dabei und Bauen beim Innenministerium. Also die sind gut weggekommen. Das meinen sie auch selber. Tja, und die CDU hat einen Parteitag am 24. Februar. Mal sehen, wie der ausgeht. Aber eine Mitgliederbefragung in Zukunft ist auch möglich. Was auf der Strecke bleibt, ist dann die Geschwindigkeit. Denn dieses ganze Verfahren dauert natürlich ewig. Ja gut, also das ist natürlich eine Forderung, die jetzt dann bei der CDU-Basis jetzt laut wird, dass man dort auch eine Mitgliederbefragung haben möchte, was die SPD darf, müssen die anderen doch auch dürfen. Wo kommen wir da hin, wenn das auch noch stattfindet? Ja, es wird immer kleinteiliger. Es ist diese Suggestion, jeder muss über alles mitreden. Da kann man ja auch hinterfragen, ist denn überhaupt ein Parteimitglied in der Lage, Kompromisse so zu gewichten, wie es zum Beispiel ein Profi tut, der sich damit tagtäglich auseinandersetzt. Das ist die Grundsatzfrage einer repräsentativen Demokratie. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt schon vor vier Jahren und jetzt auch wieder geurteilt, diese Mitgliederbefragung geht selbstverständlich vollkommen in Ordnung, weil eine Partei hat eben als Basis ihre Mitglieder. Und dennoch muss man das Verfahren hinterfragen, denn Politik besteht aus Abwägungen und Kompromissen. Und diese Abwägungen und Kompromisse in jedem Einzelfall, das ist eben schwierig. Und deswegen ist man hier auch heute noch völlig im Unklaren, ob diese SPD-Parteimitglieder das jetzt so abwägen, dass sie sagen, das ist doch für die Sozialdemokraten mit ihren mickrigen 20,5 Prozent ganz gut gelaufen da in Berlin. Oder ob sie sagen, ach nee, das sind alles alte Leute, die will ich alle nicht mehr. Also die Frage, wie das ausgeht, die ist völlig offen. Das ist unser Auftaktgespräch heute Morgen. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, Gerd Joachim von Falloa. Wir kommen später wieder nach Berlin, ganz sicher.